So, jetzt kommt der Weitheitleiter mit. So, auf geht's. Die Lütze. Komm schon. Ich hab noch ein bisschen Fritter auf einen dieses Ding da. Mach nochmal. Nochmal. Aber wie gesagt, auf mit die Lüfte. Und ihren süßen Frauenlüften. So, Waaah, ja wohl der Rikischö, noch die Presse, die Töne. Wollt ihr aber nicht, ich wollte was anderes probieren, so schnell gebe ich ihn nicht auf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob das Bumme ist, oder... Ja, komm, fallen noch runter einem. Was war ich denn jetzt? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.